Was ist die Zahnärztin? Also, Dr. Alexandrova, die war so was von kompetent. Ich habe mich bei ihr so wirklich wohl gefühlt. Das war die beste Zahnärztin, die ich überhaupt je hatte. Sie hat sich auch extrem in mich hineingefühlt. Auch ihre Kollegin, wenn sie hier Spritzen gemacht hat, haben sie hier mir die Hand aufgelegt. Ach, es war einfach wirklich das Beste, was ich wirklich hier hatte.